Ja, recht herzlich willkommen zur dritten Folge, nee, dritter Level sind wir, zweite Folge von League of Legends auf dem Weg zum Diana. Ja, hier ist noch eine Verbindung ganz offen und dann wollen wir mal schauen, dass wir es hinkriegen. Alle anderen sind, ne, hier oben ist noch 97 und 70, alle anderen sind schon relativ gut verbunden. Ja, wäre schön, wenn das da unten noch klappt. 99,100, oder wie war das? Damals, ne, schon lange her. 38er Ping, das ist eigentlich ganz gut, nur R kommt nicht, alle sind da außer R hier, keine Verbindung. Elite League of Legends 5, alles klar, ne? Ja, Momo, den spielen wir. Ich habe schon eins hinter mir, nee, warte mal, ich musste zwei machen, sonst wäre ich nicht in Level 3 gekommen. Fehlt mir sage und schreibe drei Punkte dran, um den Level zu schaffen, aber naja, so ist es mal. Beide Spiele gewonnen und, ja, ein bisschen Erfahrung gesammelt sozusagen. Ja, wir haben Punkte über, müssen gucken, wie weit wir da hinkommen, dass wir Amomo richtig gut machen. Äh, ja. So ein bisschen bin ich ja schwer dabei, ne? Ist klar. Ich muss immer gucken, dass mein Leben irgendwie da bleibt, deswegen nehme ich solche Sachen hier zuerst. und dass ich Lebenspunkte kriege. Äh, in diesem Fall nehme ich jetzt mal gerade erst das. Gut, und dann geht's auch schon los, ne? Äh, ja. Hauen wir mal hier runter. Ich habe immer Top gespielt und jetzt spiele ich Bottom, weil die das gerade so lieber wollten. Und das nächste, was dann noch ist... Ah, ich muss von oben nach unten spielen. Ich habe fast immer von unten nach oben gespielt. Und irgendwie ist das dann ungewohnt. Ich will hoffen, dass ich es irgendwie hinkriege, ne? Ja, suchen wir uns Freunde, genau, ne? Oh, da ist er schon. Super. Da habe ich schon Pech gehabt. Irgendwie bin ich ganz am Anfang total schwach. Und, ja, wie man sieht, auch schon verloren. Ja, schade, ne? Das ist, wenn man hier spielt. Kann ich schon was steigern? Nein, 100 Punkte. Irgendwie noch nix. Ja, auch der könnte schon laufen, ne? Ja, aber irgendwie ist es das jetzt gerade nicht, ne? Spiel doch mit mir. Spiel doch mit mir. Wir essen, wir sollen, sind ja schon da. Ich dachte, sie wäre noch gar nicht losgelaufen. Hey, irgendwie sieht es so aus, als ob wir hier gleich große, böse Unterstützung brauchen. Weil ich es dann nicht hinkriege, ne? Wohin gehen wir denn? Ich werde nicht planzen! Ja. Ja, dann wollen wir hoffen, dass wir hier ein paar Vasallen erst noch hinkriegen. Schade, dann hätte ich gerne genommen. Sieht gerade nicht so gut für mich wieder aus, ist klar, ne? Aber, was willst du machen? Ja, und dann kommt der andere und dann bin ich platt, ist klar, ne? Ja, das war es dann auch schon wieder. Irgendwie können wir da auch nix gegen tun, ne? 150 Punkte haben wir doch schon, ne? Okay. Mindestens etwas hat funktioniert. Okay. Wenn wir gleich hier Schwierigkeit haben, denke ich mal, irgendwas hinzukriegen, ne? So. Wann kommen wir? Da kommen wir endlich. Ja, und das war es schon wieder, ne? Es ist nicht wahr, ne? Irgendwie habe ich da keine Chance. Es ist... fürchterlich mit mir. Jetzt müssten wir mal gerade den... Ah, da hat er den Todesschlag gemacht und ich habe es nicht. Also, es ist ja auch fürchterlich, wenn man von unten nach oben spielt und dann von umgekehrt, ne? Ja. Immer nach oben muss man, ne? Und nicht nach unten. Ich muss nur mal im Keller. Komm mal nach oben. So, komm schon. Da sind sie wieder. So, da haben wir jetzt auch mal einen, den wir mal auf der Seite nehmen. Spiel doch mit mir. So, dann müssen wir mal irgendwie ein bisschen pumpen hier auch. Na, und ich bin wieder verloren. Ja, der ist am Anfang schwächlich, der kleine Mann, ne? Aber was willst du machen? Das kommt halt erst mit der Zeit. Da stirbst du halt oft. Und dann musst du gucken, dass du irgendwie vorankommst. Jetzt greifen sie schon unseren Turm an. Das ist schlecht. Jetzt kommen sie hier schon zu dritt, oder was? Ne, doch, ne. Ich dachte ich. Und da kommen wir endlich. Ja, doch schon. Suchen Sie uns beiden. Na, guck mal. Das ist ja schon mal was, dass ich mal einen Gegner getötet habe. Aber ich bin auch kaputt. Schade. Vielleicht können wir jetzt schon mal was weiterkaufen. Na, machen wir die Seite mal fertig. 140 Punkte. Nichts passendes. Weiter. Okay. Ich könnte auch auf die Karte klicken, ne? Was machen wir hier? Ich glaube, das ist mein Ding. So. Der Bogenschütze, der ist ja auch meiner. Älsch, oder wie hieß er, ne? Ja. Okay. Wenn er sich das anguckt, dann lacht er sich schlapp, so wie ich hier spiele. So, und. Feuer frei. Und da bin ich schon wieder tot, ne? Also wenn ich diesen Sturmangriff nicht machen kann, dann sehe ich auch alt aus, ne? 267. 350 haben wir schon. 400 ist das nächste. Ich glaube, da sind wir vorher wieder gespawnt, bevor wir da hin können. Suchen wir uns freuen, ne? Suchen wir uns freuen, ne? Irgendwie ist es auf dem Flügel gerade nicht so gut. Ja, guck mal, da ist immer ein Busch geworden. Kein Assist, nix, aber es ist auch keiner, der mir gerade hilft, oder so, ne? Ja, klar, riecht doch an. So, komm, mach ihn kaputt. Komm her. Und weg hier. Ah, komm, weg nach hinten, ey. So. Geheilt sind wir etwas. Turm ist aber trotzdem gegangen. Schon mal schade. Hier, Vasallen. Wir müssen unbedingt jetzt die Vasallen erstmal platt machen. Schon wieder, aber jetzt geht der Vasallen nicht. So, aufsteigen müssen wir jetzt hier mal Level 6. Gut. Da kommen die Nächsten. Suchen wir uns rein, die müssen wir erst weg. Das hat halt keinen Sinn. Können wir irgendwie... Ah, super, hat sich erledigt. Jetzt haben wir W-Punkte, 900. Was haben wir hier? 25 Angreifsschaden. Na, nehmen wir den erstmal mit. 5 noch. 7 Mal gestorben, das ist echt schäbig. Spiel doch mit mir. Jetzt können wir hier bald vorm zweiten Turm schon stehen. Oh, ist schon alles dunkel. Da sind sie schon vorm zweiten Turm. Ein Verbündeter wurde getrinkt. Das ist ein Freund, ey. Ach, das kann's doch nicht sein, ey. Ist das schwierig. Da kriegen wir noch nix, aber wir können mal hier noch so einen leckeren Trank mitnehmen, oder? Auch zwei von kaufen? Ja, dann nehmen wir mal zwei. Ich hoffe, ich denke mal dran, da drauf zu rücken, ne? Vielleicht den auf 1 legen. Steht der da oben und übernachtet der Elite 05 da, oder wie er auch immer hieß? Und der zweite Turm ist auch gleich hin. Alles gut. Ja, gute Frage, ne? Oh, da sind wir jetzt zum dritten Mal kaputt. Oh, schade, ne? Funktioniert irgendwie nicht so gut. Die beiden sind sich da einig, ne? Was haben wir denn eben im Anstieg? Wie das hier. Ja. Ist ja herrlich, ne? Hier sind sie schon. So, dann hat's ja keinen Sinn. Da hin. So, das dabei. Die auch noch. Die beiden warten da. So, wir sind ja nicht... Also, anstatt den Gegner anzugreifen, tut er sich irgend so ein Basalen annehmen. Das kann's ja auch nicht sein, ne? Ja. Ja. jetzt müssen wir langsam auftrumpen so mitten rein und auf so die jetzt hier mal ein bisschen schmaler machen lieber sein und das war wieder nix ich brauche mal 750 auch schön das ding geht hier auf dieser seite demnächst verloren oder verlinken geht es auch verloren sehe ich gerade alles gut okay da ist er das kann es doch nicht sein siebenhundertfünfzig kommen wir gleich kriegen dann das brauchen wir noch ein gegner wird zum besser kann das krieg jetzt alle gerade so was ist das jetzt so wir gehen jetzt voran erstmal ja und wieder falsch gemacht ne wieder super das kann es nicht sein was machen wir hier mit wirst du wollen dann machen wir den schon mal so da ist ja auch kaputt das erste mal dass ich einen kaputt gemacht habe so da noch suchen wir uns freunde freunde müssen wir uns noch und weiter geht es voran doch mit mir so die punkte irgendwie hat er mich trotzdem geschlagen aber schicksal soll man das sagen ja ja elf sekunden noch zehn neun ne da kommen sie unsere truppen dagegen gute frage wo wir hingehen da sind jetzt diese super duper kommt kommt der weg suchen wir uns freunde komm schon komm das müssen wir kaputt machen das hat aber keinen sinn jetzt müssen wir weg super auch gut geklappt super basal ich möchte den auch kaputt ja na super na super ok so läuft man nicht los komm schon komm schon wir haben ja keine Lakaien mehr äh basalen nicht Lakaien immer der Gegner hat einen Turm zerstört geht noch nicht wohin gehen wir ja gute frage ne na super ich gebe nicht auf so warte mal unten passiert ja gerade gar nichts ne aber da oben dringt er durch warte mal unten passiert ja gerade gar nichts ne wo man hier stärker halten wo ist er denn da na ich glaube das war jetzt auch nicht wieder so ein ding ne super super geht mir so richtig gut ne ich weiß nicht warum wir es nicht hinkriegen jetzt haben wir keinen Turm mehr doch da ist noch einer so ok ... ... Der Verwundeten wurde getötet. Spiel doch mit mir. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ein Gegner wurde getötet. Hey, komm zurück. Ich komme schon wieder in die Nähe. Der Gegner hat mich nicht in die Nähe. geht nicht, kann ich da noch mal zu weit weg aber leider hier sind wir jetzt kaputt aber egal ja leider verloren aber an erfahrung gewonnen passiert halt der dirne wird sich woran er es gesehen hat da müssen noch einige tipps kommen aber ich weiß auch nicht was so aber wenn ich von oben nach unten spiele ist es sowieso schlecht ist besser von unten nach oben ja wir hoffen dass wir es nächstes mal besser hinkriegen irgendwie ist es nicht so toll gewesen aber naja so ist es halt okay dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss